Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit Freezy, Mac, Manus, Sachs und Earlyboy. Ja ich bin dabei Leute hier jetzt wird was gerissen. Die vier Haider. Die Folge bekommen. Ich habe seit der letzten Aufnahme jeden Tag mehrere Stunden getroffen. Und ich wette du wirst trotzdem nicht einmal im EP sein. Und soll ich euch was sagen? Ich war Platin 4. Ich habe am Sonntag, nicht am Sonntag, am Freitag habe ich geguckt, weil Early hat gestreamt. Das Matchmaking, ja. Da habt ihr Dings gespielt, Ranks. Ja Ranks spielen wir immer. Das war voll die ernste Runde gerade. Was ist denn hier mit den Servern los? Ich frage mich, wenn dieser Ladepreis ist, was lädt der? Ja die Verbindung. Es gibt ja einen Ladebalken. Was lädt der? Wir haben die Map festgeladen. Was? Wir haben die Map nicht geladen. Das ist am Anfang nur gezeigt, welche Map gespielt wird. Das ist alles anders. Nein, das ist dieses Ladending, wie der Ladekreis gerade ist. Der ist auch zwischen den Runden. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die Map jedes Mal zwischen den Runden Nein, alles mögliche. Verbindung zum Server, synchronisieren. Aber der ist nicht, der ist nicht zwischen den Runden so lange. Der ist nur einmal am Anfang so lange. Ich weiß nicht. Boah, ein Gedränge hier. So, kann ich denn hier vorne schon dicht machen, den langen Gang? Ist das der hier? Der hat Opa in den... Ja, oder? Ja. Ich mach hier schon zu, ne? Mach mal's. Das ist ja das Bildchen. Ich hab eine Drohne. Ich hab auch eine. Wohl, eigentlich ist das blöd. Mach lieber Dings zu. Kann man hier mal ganz kurz in die Cam gehen, die ich gerade gesetzt hab, bitte? Manus? 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 Geh mal kurz. Jaa. Ist schon gut. Naja, ich bin nicht gut. Ich versuch hier zu casteln, ja? Ja? Kam nur eine Drohne durch die Garage. Ähm, drei. Okay, welche hast du? Ich hab noch zwei, drei... Aua! Hier ist noch irgendwo so ne Scheiße. Alter, ich mach die Tür zu. Ne, noch nichts zu machen. Lass... Ne, lass die komplett offen. Einer von uns kassiert die ganze Zeit von der Shop-Drohne. Könntet ihr mal helfen? Jaa. Jaa. Ja, wo denn? Es sind noch zwei Westen da übrigens. Jaa. Soll ich die Kamera noch bleiben, Early? Ne, ist schon gut. Kannst rausgehen. Okay. Manus? Ich weiß nicht, was du hast. Was wirst du denn machen? Sind zweet, zweet, strohne. Zieh ich noch. Und da vorne ist auch wieder meine Wand. Ach, ich... Warum ich überhaupt kassel? Jaa. Fass mich auch. Ich komm nicht über Garage. Ne, gell? Ich komm über den Tunnel. Jaa, das war Tunnel. Mal noch nicht rein gehen, ich hab ne Cam da. Sag mal an. Warum wurde hier denn gekasselt? Wo denn? Oh, jetzt macht er... Ich kassel hier gar nichts mehr. Ich kassel doch die wichtigen Wände. Manu, Kompass. Sieht ja alle wieder aufgemacht worden. Es bleibt ja nichts. Was sagst du, Early? Kompass. Zwei Leute. Warte. Wo sind die? Gleich, gleich. Die sind gleich in der F-Kurve. Da kassiert doch schon wieder einer von der Shop-Drohne. Ja, erzähl mir... Bandit. Äh, Blackbeard, Blackbeard. Drei, zwei, eins, sichtbar. Drei Leute sind in den Gang. Kannst du aus dem Weg gehen bitte? Du bist genau vor meinem Schussloch. Ich? Ach, Entschuldigung. Da sind noch welche. Blackbeard ist da immer noch drin. Zwei Leute noch. Granatikbombs. Drohber aufgespennt. Lass sie kommen. Hat jemand Garage in Sicht? Ich hab den Drohber. Der Garage ist nix, Leute. Kein Grund zur Hektik. Du hast den Drohber? Ich hab den Drohber, aber nur von einer Seite. Hier ist der Drohber offen. Ne, nicht mehr. Sie ziehen sich zurück? Ne, besser ist das. Hier oben am Drohber Steps. Oh, da oben am Drohber, der hat aber dick kassiert. Ah, hab ich doch gesagt. Ne, war Blackbeard. Hat noch 80 HP. Ich bin aus der Drohne. Hier, ist runter gesprungen. Oh, Renny. Ist einer drin, bei A geht zurück, Freed. Kommt. Kommt über den Gang. Nano. Er ist im langen Gang. Ja, zwei. Scheinbar. Er ist bei A drin, war... Bei A drin, war auch er auch. Ja, da ist auch einer. Letzter kommt über den Tunnel. Ich sehe eben noch zwei. Einer ist down. Noch zwei? Einer ist aber down. Einer hab ich oben rum. Ja, das war schon mal. War das ein geiles Camplay? Ich möchte nur einmal kurz sagen, dass nur einer bei A war. Das hab ich auch schon gesehen. Einer war im Tunnel, einer war oben Küche. Und dann kann nur einer im langen Gang gewesen sein und somit war niemand bei A. Ja. Aber Renny ist ja nicht im langen Gang. Ich hab auch gesagt, er rennt von A in den Gang. Nö, ich hab auch gesagt, er rennt von A in den Gang. Dann hätte es dafür hören müssen. Ja, aber dann hast du nochmal bestätiges bei A. Ja, ich wurde bei A gekillt, aber ich schicke dir auch nach und das Video in meine PayPal-Adresse und dann kannst du deine Schuld bei mir bezahlen. Ich würd sagen, wir schicken uns allen mal ein Bild von unserem Schnibbi, oder? Dann ist der Sachse am schnellsten. Nee. Haben wir nicht jemanden, der Capitao gespielt hat? Ich bin ja am langsamst wegen der Bearbeitungszeit. Nein. Wegen der Bearbeitungszeit. Was hast du gesagt, Capitao? Ja, Capitao ist halt nicht schlecht. Jucht doch keinen. Doch, bei Bombe ist der relativ geil. Warum spielst du ihn dann nicht? Weil ich ihn nicht spielen kann. Ich hab ihn bis jetzt ein einziges Mal gespielt und ich will ihn jetzt nicht spielen. Rechtsklick anvisieren, linksklick schießen. Es geht runter. War es Bar oder was? Ja, ja. Wo ist denn die zweite denn? Ah, ja. Wir haben einen Rekruten. Ach, ne. Warte mal, Bar und Appelboden. Einen in der Ausbildung noch? Ja, einen in der Ausbildung. Gibt's doch nicht. Ach, der Trübel. Ja, der ist Level 3, der Typ. Level 10. Level 54 Bronze. Wir haben eine Chance. Unranked 79. Alle, wir haben schlechte Gegner. Unranked hat nichts zu sagen. Ja, aber wir haben zwei Leute. Level 79 hat was zu sagen. Einer ist Level 10, einer ist Level 3. Er kann auch ein Smurf sein. Fünfte. Kein Mensch spielt das Spiel mehr neu. Hau, da geht's wieder dazu. Äh, was ich sagen, hinten, nein. Hinten, nein, ist immer cool. Äh. Alle geht's hier. Wir haben noch einen Bombardplatz. Gehen wir, Renni. Komm, Renni. Wir gehen hier. Wir checken hier die Sache aus. Pass auf. Pass auf. Ich bin ganz nah dabei hier. Ich mein, hier. Also hier. Bei der Tieren bin ich. Ja, ja. Direkt bei... Lol. Einer ist im Stripclub. Shotgun. Ja. Ist grad an der Tür. Kommt jetzt wieder rein. Er ist abgeilzt, hat er mich. Geradeaus muss er durch sein. Eiße. Gerade um die Ecke gegangen. Linke Seite an der Stripstange. Oh, hier ist grad. Vorsicht, 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 Tür an der Seite. Kommt da einer oder was? Ja, ja. Der wackelt hier die ganze Zeit rum. Ich glaub, der hat die Tür zugemacht. Wo? Ist er vorne oder unten? Nicht mehr drin, glaub ich. Ne. Ja, hat er. Hat er, hat er. Wend links zu sein. Warum ist er sauber? Oh, fuck yes. Muss mich zurückziehen. Fenster unbewacht. Hier, mach hier mal auf. Guck mal an. Äh, Frizi. Wo? Die Wand da. Liege. Noch jemanden? You must recover the defuser. Boah, Gas. Direkt weg. Tür geht auf. Wir haben die Nuskas stärker gemacht. Und es fliegt halt weiter. Linke Seite ist rechts rüber gelaufen. Ja. Oh, da ist einer drin. Da ist er. Da ist er. Rechts ist er weg. Der Recruit hat dich gefressen. Da ist er. 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 Von rechts kommt einer dahinter. Dreh dich mal um, Frizi. Deiner Seite outside. Schön. Nice. Ich liege. Linke Seite. Direkt an der Wand. Nice. Nice start. Lol. Hast du es? Hm, jetzt habe ich nur keine Kamera mehr. Er könnte draußen links dran hören. Kann ja nicht dran sein, sonst würde ich das so hören. Ne, da an der Tür meinte ich. Oh! Oh! No! 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 Da bleibt nicht gerechnet. Surprise! No! 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 Das war gut, ey! Das war gut, ey! Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Was glaubst du, wie ich mich erschrocken habe? Ich wollte einfach durch die Garage gehen und dachte, da ist safe. Das ist hart, ey. Ja, da war er zufällig dort nicht. Der war aber auch verwirrt. Ich frag mich überhaupt, was er da gemacht hat, also was er da wollte. Kein Ding, wo seine Mates erschossen wurden, war ja ganz woanders, ne? Wo du eigentlich warst. So, Irlyboy hat gewonnen. Womit? Was hab ich? Im Laden. Aber gegen Friesen zu verlieren, ist auch schwer. Protect the Burram. Ach, nicht stärker. Protect the VIP. Randy, soll ich mich nicht verstärken? Äh, was, was, wie? Ja, das, ja, ja, bitte, bitte, bitte. Kann ich mich hier irgendwo hinstellen? Mach er zu, ja. Kann hier noch jemand dicht machen? Ne, lass mal, Manus, lass die noch mal auf. Ich hab eine. Sehen noch zwei Westen hier im Flur. Zwei Kameras. Hat schon neulich auch schon einer wer? Eine? Leute, kann da jemand dicht machen? Drei Kameras, vier. Hier. Manus, nimm dir eine Weste. Kann noch da. Sumpf. Kann da keiner mehr dicht machen? Wo denn? Da, wo ich markiert hab, auf der Beding. Ja. Hat nix mehr. Da werden die sonst definitiv reinkommen. Ich hab noch. Kann auch hier mal eine Wand verstärken? Ja. Dann mach mal hier bitte, ich mach hier, da. Ich glaub die suchen, da wo ich die Kameras kaputt gemacht hab. Ich glaub die suchen im ganz falschen Haus. Ah, gute Idee. War das oben oder unten? Das war, das war echt. Einer ist bei mir. Die suchen im falschen Gebäude. Lass du überlaufen. Wow. Sag mal, bist du denn bekloppt? Ohohohoho. Jetzt hab ich dich aber schrocken, ey. Bin gut angeschossen. Mein Dock? Ach. Nicht aufstehen, Randy. Nein. Puh. War knapp, ey. Lebst du noch? Ja, ja. Oh Gott, der ist irgendwo da oben. Sprechen, ja. Kamera irgendwie down. Bin tot. Ach, klassisch. Ja, der hat einen Millimeter vom Kopf gesehen. Sie sind in der Garage? Engines, genau. Ist einer auf dem Dach, wissen wir das? Einer ist irgendwo draußen, der Sniper, der Glatze. Ähm, ich geh mal durch die Camps. Ja, einer ist oben auf dem Dach. Auf welchem? Was war'n das? Äh, wo ihr drinne seid. Also, wo Manu ist early. Äh, wir hatten hier grad... Warte mal, hier oben ist der Droppe aufgemacht. Ja, da ist auch der Typ. Ja. Kann ich mal markieren. Und hier ist auch einer, ey, da. Also, die zweite Markierung jetzt, die hier, die ist klar. Einen hab' ich noch. Also, ich hab' den Sniper, den konnte ich wegnehmen. Äh, genau. Äh, der Arm oder das Tool... Twitch ist noch rechts auf dem Vordach, early. Rechts auf dem Vordach. Da, genau. Das ist sie, die Plant Head, du Bobo! Sie war so dunkel! Ich hab' sie nicht gesehen! Alter Schwede! Ich hab' sie nicht gesehen! Oh, wo ist sie denn? Draußen? Oder... Ich war so konzentriert, weil du vom Vordach geredet hast! Das war eine wunderschöne Runde, ey! Äh, das war wirklich mal ein lustiges Match, Rainbow Six wieder. Belang nicht mehr so geil, ey! Ah, ich bin glatt den Spieler. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Early, Manu, Sachs und Fiese vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, ciao! Reingehaut! Tschüss!